Hallo Leute und willkommen zu TÜREDESPERER AVO NAVIME SCHREIMENSEN Die kurze Schwester Ja, gut Ok, wir kriegen die wieder Wir sterben Und zum Übrigen Die sterben... Und die sterb-musik kann man halt nicht in den, oder? Aber ich hab sonstige Musik Alles in Toho-Songs umgeändert Und das hab ich schon wieder gedacht, dass da die Starfel kommt So, da ist der Block Job Rein da, auf da Den hab ich auch schon wieder vergessen Gatze Sehr schön, sehr schön Okay Räuber! Was? Das Spiel ist einfach zu schwer Nervig Hahaha Wieder mal verarscht Aber wie wir alle wissen, Auszeige auf Du gehört nicht ins Spiel Wir kommen da oben nicht durch, bevor wir nicht den Schlüssel haben Das heißt, ich muss da oben runter Und das geht nicht so, wie ich es gerade gemacht habe Jumps, 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 Finger kramp, Finger kramp, Finger tut weh und das schon noch nach drei Minuten und dann schon die Finger rein! Und ich stehe wieder da Das schaffe ich immer nur durch Zufall, das da oben Das habe ich jetzt, das war Zufall Okay, das ist ganz Zufall aber Wow, 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 wow Okay, da ist noch ein Block, da ist auch ein Block Was suche ich denn? Ich weiß, wenn ich zum Schlüssel gehe Kommt zu einem geiler Stachel daher Oh, die sehr bewegenden Stacheln Die so bestehen dieses Spiel Ja, weiß, ja, ich weiß Ach, Mann, ey Stacheln, ja, ich bin ein Stachel, ich kriege von selbst Ja, ja, so, ho, Universum funktioniert eben alles Ach, komm schon Ach, komm schon, Remo Du darfst nicht sterben Deine Fans sind betäuscht, weil du schon so oft gestorben bist Und meine Fans freundlichen Astar Nicht betäuscht, Remo gestorben ist, sondern weil ich nicht gestorben Und weil ich einen Fingerkrampf bekommen habe Weil ich so verkrampft bin Weil ich so verkrampft bin Ne Daher und daher Nein Warum, warum ich nicht noch ein Stachel komme Nicht so, weil ich dann ein Stachel komme Alter, ich möchte aber wieder rauf Ich kann mich überlegen, wie ich wieder Ach, ich muss nach links Ach, ich muss nach rechts, man nicht Ach, ich vergesse schon wieder den Stachel hier, ey Ah, Mann, ich bin zu dumm Mann, Fingerkrebs Oh, nein Ich habe schon wieder... Ah Ich muss jetzt wieder zurück Ach, was denn, was denn ist Ich bin zurück Schade Ich versuch's schön gewesen Ja, ich Ich habe'S verkackt Ah, meine meine Hand tut mir weh, bitte Ach, ich hasse's ja ich hab's gewusst dass die kommen so komme ich dann auch wieder zurück jetzt habe ich das auch ich hab das rätsel auch gelöst das rätsel wird zurückgekommen auch gelöst ich hasse es Leute ich hasse es dieses spiel ich hasse es wenn er das tut ich war zu langen oh man willkommen wir kriegen ja nicht mal was für der schöne Musik mit Und die Musik ist aus OO2 und Null. Das OO2 reicht da. Oh Mann, ey. Ähm, ja. Was mache ich denn eigentlich? Och, ich feile schnell und ich feile und ich feile. Und ich feile, nach sechs Minuten haben wir noch Null-Fortschritt. Nicht weiteres wie sonst, aber das ist egal, das kann ich zum Spielen. Keine Fades werden hier rausgeschnitten. Ihr seht alles, was Fades macht. Alles failiger. Den kompletten Fade. Einmal noch wieder fail-made. Auch DAS fail. Das wird dieses Spiel ja immer noch wieder fail-made sein. Oder ich bin eh fast die ganze Zeit einfach nur fail-made. Ich meine, was sagt ihr? Mehr als 50% dieses Spiels bestehen ohne Chaos zu sterben? Da muss man schon wirklich Pro sein, damit man NICHT stirre! Und, ja. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Nein. Mach keinen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Das macht. Auch im Jero so, wenn er stirbt, dass er noch mal so rund, noch mal das gleiche sagt. Aber, ich habe mir das auch angebohnt. Ja. Weiter. Ne. Ohne Konzentration wollte ich gerade sagen. Dann sterbe ich. Aber diesmal. Komm... Komm... Sag doch. Ich will wieder mal zum Schluss kommen. Ich will wieder mal zum Schluss kommen. Komm... Geil ein. Und... was wieso kommt die einmal und einmal nicht diese blöden stacheln im video Es ist jetzt noch nicht so viele Videos gewesen, die ich von Wunderbarkeit und Wunderbarkeit gemacht habe. Aber... Es ist jetzt das Spiel einfach nur abgefuckt. Und... ...einfach nur sterben. Stil... Spiel... MAH! Ich hasse dich! Ich hasse es, wenn er das macht. Mann... Okay... Ah, ich vergesse das... Ich vergesse immer wieder! Ich bin so vergesst das, bitte! Was würde man in die einen... ...zweiten... ...ja, merkt ihr Sachen! ...und so... ...Kurs besuchen. Wie nennt man sowas? NOOOOIN! Ich fall immer da rein! Warte, Remu, mein... Ich bin Remu! Ich spring in die Stachel! Ich spring in die Stachel! Ja, ungefähr so wie ich es gerade gemacht habe hier! Mega schaffig! Ich komm da oben ja nicht durch! Ich komm da oben rein! Ich komm da oben rein! Ich komm da oben rein! Aber da... ... mit irgendeinem Stachel! Ich komm da oben rein! Aber ich hab gesehen, da war safe! Aber der war wenigstens sozial und... Was zur Hölle! Bitrip run oder was? Mit der Riten und... 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 Bällchen... Und... Ich hab noch nichts leidnet! Schleidung! Ok... Asozial! Asozial! die stelle ist also zahlreiche wie fair ist das meint die dinger töten mich die feuerbälle töten mich ich habe weder feuerbälle noch das ist gut zu wissen überhaupt ich kann nichts damit machen nicht ich will auch ich kann auch schon nichts zu empfangen kann ich schleiden ja, mega schleiden da, ja, ge-ge-ge-ge-ge-ge wenn ich runterdrücke, äh, ge-ge-ge-ge wenn ich hochdrücke, ja, oh nein, nur wenn ich runterdrücke nee, nee Alter, die stelle ist auch zu zweit, Leute ich bin hier und ge-ge-ge-ge-ge-ge die sind lüpfenden dinger ausweichen, ne na, wir haben noch, wir haben eh eh noch drei minuten, um uns das, äh, um das anzuprohieren und ich glaube, ich bin mit dem hier stoße ich, glaube ich, auf meine Fänze ich habe das spiel länger durchgehalten, als ich gedacht habe mit großen Grenzen ich wusste, dass ich das spiel nicht durchspiele, also das, das war mir klar ich weiß, dass ich das nicht schaffe, weil ich bin nicht gut, ich bin nicht so gut im selten spiel ich bin auch sehr schwer im spiel so ein guter game bin ich nicht, das wäre vielleicht was für Nero ich könnte eben hier mal spielen, das wäre los los ich bin schmerzen ich glaube der tut mir was, wenn ich ihm das spiel vorschläge weil er hat sich ja schon gehört bei er und die geier und so ich schaff es einfach nicht, ich denke, wird nicht, dass ihr die nächsten zwei minuten die im brückchen sehen werdet einfach nicht sterben sterbungssterbung und ich gerade sagen da muss irgendwie eine andere möglichkeit und zwar nicht durch den ständen moment ich habe nicht ich habe einen plan ich habe ja das war zu verbracht das war super plan schiene ja ja mir das plan ja das dürfte funktionieren aber das wort wirklich gut ist einmal hier unten durch habe ich gesagt ja ja sterbung denke das spiel bringt mich jetzt an meine grenzen weiter werde ich denke ich in dem spiel eigentlich nicht kommen aber ich werde hier noch mal durchkommen also es wird garantiert noch mindestens einen part gehen bin ich innerhalb des nächsten fahrts überhaupt keine fortschritt der mann also nicht nie dadurch kommen also denke dann wenn ich wirklich aufhören und es spaß macht und nicht so viel schönen tun das spiel eingefügt habe für die ganzen menschen und wir haben nur diesen einen das to 2 zu haben bekommen ja ich denke ich wollte es noch einmal ich habe einmal noch probieren meinte ich das trüben und nicht den stachel hier ja das war auch feindlich entzählen wir das mal nicht stachel so dumm zur hüpfung so dumm zum hallo stachel danke ein letztes mal wir haben hier schon die 15 minuten reich ja das was gut leute dann verabschiedet mich für diesen part das spiel wird sicher und garantiert viel viel schwerer als das was da ich das schon nicht schaffe wenn das mit schaffe und das ging alles noch aber das hier wird jetzt etwas asozial zu also ich glaube ich habe ich mir so nahe gehabt ja soll das vielleicht irgendwie schlecht das auch war also bis zum nächsten mal wieder schwein bei 2 bei stadt